hallo und herzlich willkommen ich bin ipanix und ich begrüße euch zu meinem live commentary von battlefield hardline und ja wir zocken mal wieder eine runde überfall auf der map drogenlabor ja ich weiß ich habe die neuen maps nicht ich glaube das ist das erste battlefield wo ich nicht auf premium premium ja ich mein premium wo ich nicht auf premium geupgradet habe weil ich fand es hat er sich die letzten male nicht so richtig gelohnt dafür hatte ich einfach dann zu selten gezockt weil es irgendwann einfach nicht mehr ganz so viel spaß gemacht hatte ja so viel dazu da ist so jemand oder aus da war gerade einer nein die kriegen mich scheiße aber ich glaube das war ganz gut ich habe es endlich mal hingekriegt zu der secondary zu wechseln das ist eine ganz große schwäche bei mir dass ich immer verpeile die secondary rauszuholen auch wir tun rückerobern mir nicht na komm haben wir zurück super ja oh man das wollte ich machen und das ding drum rennen und ihn töten ey man spacko ey da auf zum anderen paket liegt hier auf der anderen seite da vorne ich bin festgenagelt hier hast du ein medic ein die kommt ha ha man die prallt an ihm ab und kommt zurück weg warum läuft der da durch warum läuft der da durch man Was kam denn jetzt da vom Dach geflogen? Nein, der kriegt mich trotzdem, die Drecksau. Komm, lass mich auch mal irgendwo hin. Ey, sind wir nur zu zweit im Team? Geh mal hier hin. Mein Gott, ey. Ich hasse das, wenn die Teams irgendwie so leer sind. Weil ich es total schwachsinnig finde. Weil es einem nichts mehr bringt, sobald man zu wenige ist. Man hat keinen Respawnpunkt mehr, einen vernünftigen. Ach, der schon wieder. Dem schiebe ich seine CAR-556 gleich sonst wohin. Komm, ich belebe den wieder. Lass mich hin. Junge, du lebst. Du lebst. Hier. Oh, 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 oh. Super, der wird geheilt. Und ich muss jetzt hier zusehen. Werfe Brenngranate! Lohn! Werfe Brenngranate! Vorsicht! Sicherstellungseinschaft sofort zum fallen gelassenen Paket. Ein Räuber hat mein Paket gestohlt. Verdächtiger Händler! Hallo Leute, euer Hacker ist online und zu allem... Hat der den? Jo. So, irgendwo wurde gesagt, Paket fallen gelassen. Also, machen wir das, wenn er mal runterkommt. Oh, ist zu. Achtung! Ein Heli ist unterwegs zum Übergabepunkt. Achtung! Verdächtiger näherst nicht mit Paket zum Übergabepunkt. Haben das Paket. Der Verdächtige der Verdächtigen ist unterwegs. Verdächtige haben das Paket in Sicherheit gebracht. Jetzt müssen wir uns anstrengen. Deine Erzeugung hast auf den Punkt. Ja, komm. Das hier kriegen wir doch wohl gesichert, oder? Haben wir. Paket geraten in uns. Na komm, gehen wir auch mal hier runter. Ich sehe ihn doch nicht. Hier kommt ein Medicid. So. Erstmal heilen hier, ey. Da waren welche. Boah, alter Schwäte, ey. Die alten Grotten-Mungos hier, ey, die sind übel. Die gehen ganz schön hart ran hier. Könnt mal ein bisschen Munition gebrauchen. Das ist ein verdünftiger Krummhaus. Da. Kriege ich nix. Wurde er erschossen? Ey, scheiße, ich... Ich seh die gar nicht. Da hinten kommen welche. Jetzt kommen die hier schon wieder. Da hinten kommen welche. Da ist eins. Da ist eins. Und weiter geht's. Oh, ich seh hier kein, ey, verfluchte Scheiße. Boah, ich glaub, das gewinnen wir hier. Ist der oben, oder was? Das ist einer von uns. Ey, haben die jetzt gewonnen? Nein, wir haben gewonnen. Boah, ich glaub, das war sogar ganz gut. 13.5. 3.506 Punkte. Nicht mein höchstes Spiel, aber ich glaub, das sollte ganz gut gewesen sein. Boah, Alter, 7.000. 7.000. So viel hatte ich, glaub ich, bisher noch nicht. 35.7. Alter Schwede. Aber ich glaub, die Runde war ganz gut. Und ich sag mal, so viel. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und vergesst die Comments nicht. Und ich sag, bis demnächst. Bis dahin. Ciao. Ciao.